So, hallo und herzlich willkommen zum Review von Brooklyn Nine-Nine Staffel 6. Richtig gehört, heute ist es endlich soweit, die Staffel 6 von Brooklyn Nine-Nine kommt raus und ich habe mir für euch die ersten Folgen angeguckt, um zu sehen, ob es denn genauso gut weitergeht, wie es die letzten 5 Staffeln schon war. Also jetzt erstmal vorab, um allgemein Leute auf diese Serie zu bringen. Brooklyn Nine-Nines erste Ausstrahlung war 2015 und das auf Netflix. Und ja, jetzt können wir darüber nachdenken, dass es Netflix schon 6 Jahre gibt. Auch wenn es Netflix schon länger gibt, aber es gibt es auf jeden Fall schon 6 Jahre und mich hat das gerade etwas irritiert. Aber seit 2015 bin ich persönlich Liebhaber dieser Serie und habe mir natürlich heute die ersten Folgen der Staffel 6 angeguckt. Ich möchte jetzt noch nicht gleich am Anfang von Staffel 6 erzählen, da viele, die vielleicht die Serie noch gar nicht kennen, jetzt vielleicht einen Daumen hoch geben können, abschalten können und sich die Serie angucken können, damit sie 6 Staffeln durchsehen können. Viel Spaß dabei schon mal. Und jetzt die Leute, die Staffel 5 schon gesehen haben. Also Achtung, es gibt kurze Spoiler von der Staffel 5, um in Staffel 6 wieder einzusteigen. In Staffel 5 haben ja Jake und Amy geheiratet und Captain Ray Holt wurde ja ganz am Schluss nicht als Commissioner angenommen. Die haben am Anfang alle gefeiert, wie Jake halt immer so ist. Er hat die Musik vorbeigebracht und derzeit haben alle anderen die Info bekommen, dass er nicht zum Commissioner geworden ist. Und er kam da mit Partymusik rein und alle haben ihm gesagt, hey, pass auf, das wird nix. Der ist gar nicht Commissioner geworden, also mach die Musik aus. Und dann geht die 6. Staffel los. Genau da, wo es aufgehört hat. Und da möchte ich natürlich gar nix von verraten, ihr sollt das selber gucken. Aber ich kann euch sagen, die ersten zwei Folgen waren wieder super spitzenmäßig. Die Witze waren genauso wie die letzten 5 Staffeln. Und ich finde, diese Serie hat jahrelang alles durchgehalten. Ich habe alle 5 Staffeln gerne geguckt. Jetzt die 6. Staffel bin ich auch gerade dran. Jetzt nach diesem Video nehme ich noch kurz ein anderes Video auf, aber gleich danach werde ich die Serie weitergucken. Also schaut gerne in der 6. Staffel von Brooklyn Nine-Nine vorbei. Gebt mir gerne auch eure Meinung, falls ihr schon ein paar Folgen gesehen habt. Falls ihr die Serie noch gar nicht gesehen habt, fangt sie doch gerne an und sagt mir dann auch gerne hier in den Kommentaren, wie ihr die Serie so findet. Also, das wäre es dann schon gewesen mit dem Netflix-Minitipp oder mit dem Review von Brooklyn Nine-Nine Staffel 6. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis dann und ciao. Bis dann, 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 bis dann